Dieser schicke Ford Focus ST2 mit viel Sonderausstattung könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, auch hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige 19-Zoll-Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze mit Lederstoffkombination bieten viel Komfort und eine tolle Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem ST2 schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellappen vorne und der Heizbahnfrontscheiben. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehandlung. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ SIRC 2. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem äußerst gepflegten Ford Focus ST2 und seiner umfangreichen Sonderstätte werden Sie viel Spass haben. Der Wagen ist Ihnen außen in Top-Zustand. Die Inspektionen wurden alle regelmäßig durchgeführt. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach hoch. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.